Kompliment, ein superiöres Talent. Als sie drei Jahre alt war, war sie ganz gesund und herzlich und dann von einem Tag auf den anderen stockblind. Ich bediene mich eines magnetischen Fluidens, das alle belebten und unbelebten Körper durchdringt. Nach rechts, nach links, nicht mit dem Kopf. Das ist die Farbe Weiß. Sie beginnen das Licht wachzunehmen. Siehst du uns? Ja. Kind! Kann es sein, dass Ihre Majestät ein Interesse an diesem Fall zeigen könnte? Wir werden sehen, wir werden sehen. Das war aber nicht ganz sauber. Das war ja ganz erbärmlich. Man muss sich direkt schämen. Und wer glauben Sie, dass sie ist ohne ihr Talent, das dir Gott geschenkt hat? Meine Augen hat mir auch Gott geschenkt. Ja, aber die sind nichts wert, wie man sieht. Wenn ich zurückgehe, dann werde ich wieder blind. Ich gehe nicht mit. Du wirst tun, was an der Sackt. Ich redest doch mit deiner Mutter, du Unbeheuer! Wer nicht sehen kann, der wird auch nicht gesehen. Und wenn nicht gesehen wird, der wird auch nicht gehört. Und der lebt nicht. Mir hat was geträumt.